und wieder willkommen in der daddelkammer zum nächsten let's play diesmal super space invaders fürs master system fangen wir mal an, mal gucken wie es ist ja, lassen wir das drauf nochmal so, auswählen kann ich bloß hier unteren level, nochmal den rechten mal das war mit dem hintergrund und den farben ist ein bisschen ja, was kommt da runter? power up, wa? da wird er zurückgeben, mach die power up ups ups was kommt, hier ist der also spitzig, schön flüssig, was aber hier, bei dem da, das ist wirklich doof ich finde die gehen ziemlich... was sind das für schmetterlinge ach, die sind eingefroren ah, ok ist ja auch nass ok, ich bin natürlich jetzt mehr ein gelächschen oder so nicht mehr so wirklich space invaders oh, schön gemacht so wie ich sofort tot ist man nicht ach, scheiße hm 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 ein bisschen läuft mich hier der Hintergrund ehrlich gesagt Ja, ich und die Letzen zu treffen ist immer... Oh, Gnas! Habe ich nur hin? Lass mir raten, genau. Mal noch hin. Geschafft! Krass! Was ist hier los? Hier unten? Ach, die probieren die Kühe zu klauen oder was? Zeig mir Kuh die Töte. Oh, ist aber fritzig. Boah, er hebt die Kuh wieder. Was ist denn an der Seite? Er hat gerne geschehen. Er hat sich gerne gerettet. Er ist auf jeden Fall ein witziger Ableger von Space Invaders. Was? Verfügt das in Ordnung für das Master System, finde ich? Och, eine Kuh hat überlebt. Was ist denn da? Nehmen wir die in der Mitte. Das scheint irgendwie so eine Art Wegesystem zu sein. Boah. Also ich finde die auch teilweise wirklich schwer zu erkennen. Das ist auf jeden Fall anspruchsvoller als das normale Space Invaders. Mann, sag mal. Och, scheiße. Leck mir da am Arsch. Ein bisschen Continue? Ja, komm. Continue. Hier ist ja echt was los. Also irgendwie startet da noch was drauf. Irgendwie gibt es da wo Bossgegner am Ende. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel das da mit denen ist. Och, Mensch. Leck mir da am Arsch. Die erste Weile. Ist da noch wieder ein coolere? Wirklich nette Grafik. Aber für meine Verhältnisse ziemlich schwer. Ich glaube weit werde ich nicht kommen. Och, Mannsamer. Game over. Auf dem Continue? Ja. Musik doch packen. Also ich finde es gerade jetzt unten. Wenn ich mit meinem Raumschiff jetzt vor diesen Satelliten. Wenn er Raumschutz umrottet sein soll. Was ist hier, wenn ich die fiese Bewegungsmust? Rechts außen, rechts außen. Oh, sag mal. Oh, sag mal. Das ist auch darum die nächste Welle. Das macht richtig Spaß. Was? Das war das Bocken schwer. Ja, was bringen wir die größten? Die kann ich irgendwie nach oben schießen? Ach, guck mal. Das ist ja auch cool. Okay, dann wechseln sie jetzt weg. Aber die können wir nach oben machen und blockiert die. Wenn sie da in die Gegend fliegen. Und so. Boah. Alter, sag mal. Sag mal. Hm. Reicht. Wah? Ist wirklich gut. Also gefällt mir. Ja. So, kann man sich mal wirklich holen. Also. Super Space & Raiders. Master System. Nette Ding. Irgendwie. Ja, 12 Level. 36 Wellen. Und. Und. Am Ende jedes Levels und geheime Levels. Also riesige Monster am Ende jedes Levels und geheime Levels. Scheint einige drum zu sein. Nettes Spiel. Kann man sich holen. Daumen nach oben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.